Braucht jemand meine Hilfe? Ah, junger Mann. Wenn Sie so freundlich wären, mir das zum Baden zu tragen. Ist schwer. Okay, das ist also das Gefäß? Das ist eine Werkzeugkiste und die ist für dich. Wozu brauche ich eine Werkzeugkiste? Es geht da um ein paar Klemmenarbeiten. Bin ich jetzt etwa noch Ihr Handwerker? Das können Sie vergessen. Das würde ich nicht sagen. Du gehörst mir, Sir. Wenn ich sage, du trägst in der Hölle den Müll raus, wirst du es tun. Na, Natal. Na komm, ärgere dich nicht. Dieser Job wird gar nicht so übel. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Na, na na naAH & Ja! Du gehörst mir auch nicht.